Jesus ist ans Kreuz gekommen, weil er uns geliebt hat, weil er uns liebt. Und er steht wirklich mit offenen Armen da und wartet, bis wir zu ihm gehen. Und das nächste Lied hat es mit jedem Atemzug. Jesus hat mit jedem Atemzug an uns gedenkt. Wir nur uns liefern. Amen. Mit jedem Atemzug am Kreuz. Mit jedem Atemzug am Kreuz. Und jeder Träne auf deinem Gesicht. Jesus, ich komm zurück zu dir. Jesus, du deinem Kreuz. Mein Leben lege ich vor dich hin. Als ein Opfer für dich. Jesus, du deinem Kreuz. Mit jedem Wort aus meinem Mund. Mit jedem Liebesweg. Mit jeder Kraft in meinem Herz. Jesus, ich komm zurück zu dir. Jesus, ich komm zurück zu dir. Jesus, du deinem Volk. Mein Leben. Mein Leben lege ich vor dich hin. Mein Leben lege ich vor dich hin. Jesus, ich komm zurück zu dir. Jesus, du deinem Volk. Mein Leben lege ich vor dich hin. Er ist ein deinem Volk. Ich komm zurück zu dir. Na, mein Leben lege ichvor. Ich danke dir, dass wir alle zusammen in der Welt aufwenden können. Unsere Kleidung und egal in welchem, wo wir können, wo wir können, wo wir können, dass wir einfach die aufwenden können. Zusammen die aufwenden können. Ich danke dir für den Tag. Ich danke dir für den Tag. Jesus, ich komme zurück zu dir, Jesus, zu deinem Kreuz. Mein Leben lege ich vor dich hin, als ein Opfer für dich. Ich danke dir, Jesus. Jetzt mal einen richtig kräftigen Applaus.